Was ist hier los? Selbst Elon Musk kratzt sich selber am Kopf und sagt, what the fuck? Wo ich selber rausgehe in Stuttgart, um Rentnern Geld zu geben, weil sie im Müll suchen müssen nach Flaschen, weil es ihnen für ihre Rente nicht mehr reicht. Und jetzt nimmt gleichzeitig unsere Regierung Geld und gibt es sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die Flüchtlinge vor der Küste abholt, in Boote, in größere Boote transferiert, um sie dann den Italienern an die Küste zu setzen. Man muss sich diesen Irrsinn einfach mal vorstellen. Selbst Elon Musk, der drüben über den großen Teich auf einem anderen Kontinent sitzt, selbst der sieht das und sagt sich, hey Deutsche, was ist eigentlich bei euch los? Was macht ihr da eigentlich?